Jetzt geht's los. Alter. Geh mal aufhören, mich die ganze Zeit zu schlagen. Jo, wahrscheinlich. Sterb. Mann. Ja, das meinte ich mit heftig. Echt aufpassen. So, wir müssen uns jetzt leider heilen. Nicht anders. Ulin? Alter. Wie schade ich von denen nehme. Unnormal. Handlose sind hier echt uncool. Richtig uncool. Yuki ist Waffe. Nein, die muss ja noch. Die muss ja drei Level trainieren. Einmal da rum. Und da rein. Ein bisschen weniger Schaden bekommen würde. Wäre echt geil. Juu, Level 17. Erfingert. Yui, Schwert. Schwert Level 3. Und jetzt. Lanza. Alter. Dressig. Komm. Trefferbau. Gar nichts, gell? Sagt. Ist halt auch echt heftig. Geil. Ok, ok, ok. Ne, warte mal. Ich möchte ja einmal sehen, wie das aussieht. So war es richtig cool. Die Stufe 3. Oh, noch ein Gegner. Da. Ok. So. Mh. 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 Bogen. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Ich treff super mit dem Bogen. Das habt ihr ja gesehen. Gekonnt. Ist halt gekonnt. Das ist die zweite Jahres. Äh, die zweite Jahreszeit. Oh mein Gott. Wie sehen die Eulen hier aus. Gehen ganz böse Move drauf. Tun alles umkehren. Musst du komplett umdenken. Wie du läufst und bla bla bla. Ja. Nein. Ich habe es vermasselt. Ich habe... Oh, ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkung. Das ist so nervig, Leute. Oh nein. Oh Gott. Help me. Ich hoffe, ich habe jetzt die vier Jahreszeiten nicht zerstört. Das kann schon passiert sein. Aber dann tue ich es beim zweiten Mal kurz durchrennen. Ganz ehrlich. Wird so blöd. Wird los. Das stimmt ja nicht. Äh. Äh. Ja, was hier passiert ist. Ja. Wir gehen mal weiter. Vielleicht regnet. Tut es sich wieder auch normalisieren, wenn wir hier sind. Ja. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Irgendwie hat sich das ganze System aufgehängt. Kann ja mal passieren. Äh. Ist früher nie passiert. Aber... Kann mal passieren. Und gut ist. Nein. Boah. Voll erwischt. Weil der Vogel vom Himmel geholt. Oh. Habt ihr den kleinen Drachen gesehen? Aber warum treffe ich nichts? Prima. Weichen die aus. Ich wollte den fetten Vogel treffen. Lass mich den fetten Vogel treffen. Lass mich den fetten Vogel treffen. Oh Gott. Ey. Wie viele sind das? Meine Geduld. Ja. Genau. Ich treffe natürlich nie. Feuerhundert aufladen. Weil ich treffe eh nicht. Ey. Und dann machen sie so übertrieben viel Schaden. So. Als Update. Jetzt überlebt. Das. Oh. So ein Viech. Ach. Noch so ein Viech. Und ich krieg echt nen Anfall. Stop. Oh nein. Huh. Schöne kritische Erdreife. Uh. Da. Töter das. Okay. So. Dann machen wir jetzt nen schönen Achter. So. Und dann sollte es geöffnet sein. Nein. Es ist nicht. Wisst ihr warum? Kann ich euch verraten. Ich werde jetzt alles erreicht. Sie hat Lande noch. Ich habe Bogen noch. Sie hat erreicht. Ähm. Dann drinnen jetzt. Das hier. Also gut. Auf einen neuen. ist. Das nur weil ich einmal zurück. Gefördert wurde. Also gut. Dann rennen wir kurz durch. Stammt. Einmal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Oh Gott. Kann ich leben mehr. Das ist aus dem Leben gerippt. So. Jetzt. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ich wollte mich doch heilen, aber es geht nicht, weil die Piep der Scheiße einfach nur rotz ist. Du kannst es nicht ändern. Du musst einfach warten, bis die fertig sind mit ihrem Scheißangriff. Das nervt so übelst. Alter, ey. Ich krieg echt einen Anfall. Oh ja, ich bin level ab. Perfetto. Wir gehen da jetzt rein. Garage. Okay, das bin ich gefangen, wie schwer das wird. Vielleicht hätte ich nochmal speichern sollen. Egal. Was bist denn du von kleines Viech? Oh, ich treff's. Naja. Verbot. Oh oh. Wir treffen's. Gut. Dann zaubern wir mal was Herrliches. gleich nochmal eins ab. Okay, wir haben's. Das ist aber wieder leichter. Hab ich ja da wirklich kein Kopf für den Gegner grad. War mir einfach zu doof. Hauptsache schnell weg mit dem. Bravo. Was ist hier nur passiert? Oh, ich bin so gespannt, wie der Großvater jetzt aussieht. Ob der auch jetzt wie ein Elf aussieht. Oh. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das ist so ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wir werden alle von einem anderen leben. Ich bin ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, die Lacken Schön heißer dazu Schön Okay 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 Dann nehmen wir noch das, synchronisieren Perfekt Okay 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 Okay